Seit über 50 Jahren hat unser Unternehmen Köhn & Plambeck seinen Sitz in Oldenburg. Als erfahrener und kompetenter Betrieb betreuen wir sie in ihrem Privathaushalt, in der Landwirtschaft und in ihrer Firma. Als Tankstellenbetreiber zweier Tankshops, der hochmodernen Kartenanlage beim LKW Service Center der Firma Rosier sowie zweier Kartentankstellen in guter Lage in Oldenburg, hat sich unser Unternehmen auf dem Oldenburger Markt zusätzlich einen guten Namen gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017